so meine lieben einen wunderschönen guten armen wünsche ich jetzt diesmal länger versprochen ich habe gegessen ich habe was getrunken ich bin happy das einzige was jetzt im stream nachher noch machen werde es eine rauchen dazu bin ich noch nicht gekommen weil ich habe mich gerade umgezogen und die zähne geputzt und alles was man halt so macht passieren bin ich noch nicht dazu gekommen ist tut mir leid aber ihr werdet mich gleich sehen in 3 2 1 und das funktioniert ich liebe es so mimi möchtest du auch etwas sagen könntest du bitte so könntest du bitte kurz wenn du das team offen hast gucken ob man ob man dich auch hört über ober jetzt ja aber gut es gibt ein bisschen delay ja das ist dabei hat man nicht mal ein delay eingestellt ja man hört mich auch das ist sehr gut weil mein schatz kommt nämlich später auch noch ein wunderschönen guten abend dir ach so mimi würdest du bitte den streamlidle ändern in just chatting oder so warte steht gta spiel ich ja nicht so liebe ladies ich mache jetzt das was eigentlich ungesund ist aber ich bin heute dazu noch nicht gekommen weil ich irgendwie den ganzen tag mit einrichten und allem zu tun hatte aber ich bin live und endlich so wie ich es wollte ich habe so wollte ich es eigentlich die ganze zeit haben außer das fall bei und das kann ich raustun weil es ein gratis overlay ist ich habe glaube ich jetzt elf videos alleine angeguckt nur damit ich gecheckt habe wie man hier musik reintut da braucht man nämlich ein extra plug-in dafür ja white spot ist auch ein bisschen dumm oder der schreibt gta online bin ich noch gar nicht drin ja es tut mir leid wegen der werbung auf spotify die kann ich nicht raustun weil ich bin kein spotify premium ach so mimi du hattest ja mal was wegen deinem epic store dings da gesagt steht das noch oder ja klar nice übrigens wenn ihr mir folgen wollt hier unten habe ich meine okay ich werde es mal mit der werbung ausmachen solange werbung läuft das nervt mich gerade so hart sorry übrigens wenn ihr mir noch nicht folgt unten in der in der leiste hier werden ähm sind meine ganzen social medias gedingselt beschrieben wie geht es euch wie geht es dir mir geht es besser ich kann mich nicht beschweren mir geht es auch sehr gut auch wenn ich ein bisschen geschlaucht bin weil drei stunden einstellen das ist schon nicht ohne es ist aber es ist es wird sich noch vieles ändern und eins wollte ich euch noch zeigen das ist ja mein startbildschirm wadaboo drei das habe ich hier auf nummer vier starten verstarting toll jetzt habe ich mit zettel gemacht jetzt weiß man nicht mehr was nummer vier ist ach so was ich auch noch machen muss aber das wäre jetzt dann heute nach dem stream heute wird es nur reiner quatsch stehen deswegen seid mir nicht böse aber morgen werde ich dann schauen ob ich das mit dem chat da irgendwie im spielen mit rein machen kann damit dann stream damit er auch in ja der hintergrund wird sich noch verändern dazu bin ich noch nicht gekommen die die decke die ist gerade noch im trockner die werde ich dann auch die nächsten tage aufhängen hier an der wand und da wird dann werde ich dann anfangen die ganzen namen aufzuschreiben der stream hängt bei mir ganz schön nach da habe ich 1080 welche qualität habe ich denn gerade eingestellt weil bei mir leckt nichts ja bei mir leckt es ja nicht ist es nur richtig weit hinten naja vielleicht liegt es am internet der don't know und meine mütze ist schief ich sehe ich gerade ach so geht es von haus ist so ok irgendwie haut mein chat gerade nicht hin schreibt jemand im chat weil mein chat wird nicht angezeigt du leckst bei mir mimi habe ich dir gestern eine whatsapp nachricht mit den links geschickt nicht erneute nein kann auch sein dass es mein internet ist ist ja mı Aber drummond Achso, ja dets wäre super wenn du den zwischen durch postest und halt youtube, insta Bei mir ruckelt das ab und zu. Ja, das muss ich dann morgen mal einstellen. Die Latenz vielleicht ein bisschen weiter runterstellen, weil das habe ich jetzt alles auf groß gemacht, also auf 60 FPS und so. Vielleicht muss ich das morgen mal... Das ist ja heute auch so eine Art Test-Stream, wie das... Aber die Quali passt, oder? Bei mir passt sie. Okay, das ist gut. Ich werde jetzt nicht in jedem Stream rauchen, da braucht ihr keine Angst haben, nur heute. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meine nach einer Essenssigarette zu rauchen. Deswegen mache ich das jetzt. Wollt ihr jetzt, dass ich so einen Stream nur auf Twitch mache, oder wollt ihr auch mal, dass ich so einen Quatsch-Stream auf YouTube mache? Ah, super, danke, nee. Ähm, ja, jetzt fehlt mir ja nicht bloß noch Phasmophobia. Mir ist das egal, okay. Übrigens, wenn du mich, äh, Tua, wenn du mich auf Twitch auf YouTube sehen willst, brauchst du es unten äh, 3Killer 1988 eingeben. Oder Mimi postet kurz die Links rein, von YouTube und so. Ähm, kann ich machen. Gott, ich hoffe, man hört meine Schwester im Hintergrund nicht. Ja, weil sie keine Musik im Hintergrund abspielt. Ach so, apropos. Ach Gott, ihr sagt auch nichts. Musik. So, jetzt müssen wir meine Musik im Hintergrund hören. Und damit kann mir YouTube nicht auf die Nerven gehen, weil das ist, äh, nur Copyright Song Musik. Also dafür kann mir YouTube nicht ans Bein pinkeln. Übrigens, den Bully habe ich gestern wieder gefunden. Das ist ein, den habe ich schon ewig. Was ich halt jetzt noch brauche, das ist eine bessere Kamera. Schaut auch gerne auf YouTube und Insta vorbei. Übrigens, die Larisse muss ich noch einschreiben. Aber ihr hört die Musik, oder? Hm, wer meint, die Spremen hängt gerade. Anime Beschlüsse vorbei. Ich habe doch keine Beschlüsse vom Anime, eher egal. Ähm, der Larisse wollte ich noch Bescheid gegen. Hm. Ach so, wegen Crackstaboy, äh, der hilft dir, als Mod, wie gesagt, bei dem Discord-Server. Jo. Das war eigentlich das, was ich die ganze Zeit machen wollte, was ich die ganze Zeit schon vorhatte, und das schon seit Monaten, aber es irgendwie nie geschafft hat, das hat mich so angekotzt. Weil ich ja erzählt hab, mit Overlay und so, das war eigentlich das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich hab jetzt aber Angst, wenn ich das Overlay endet, dass ich dann nochmal alles einstellen muss, denn das ist echt, ich würd kotzen. Weil es hat heute alleine drei Stunden gedauert, das alleine einzustellen. Oh ja, würd ich verstehen. Also das Runterlagen geht auf dem Notebook bei weitem schneller als auf meinem Stand-PC, weil mein Stand-PC kriegt ja die Mom zu Weihnachten. Meine Mutter kriegt auch einen neuen Laptop zu Weihnachten. Ich zweifle nur mal, dass sie das hier fehlen wird. Wenn ich ihr einen richtig, richtig guten empfehlen kann, der aber leider auch ein bisschen was kostet, dann würde ich ihr den Acer, äh, Acer Natural 5 empfehlen, den ich grad hab. Na, meine Schade. Alter, ich weiß nicht, ob dir was aus ist. Du hängst bei mir mit unter, weil ich glaub, das liegt an Discord heute und nicht an dir. Na, also, es ist ein Dillauf von mir, ruckelt von mir. Ja, aber Discord-Sprint, weil ich hör, dich echt abgehackt ist die ganze Zeit schon. Oder wir müssen das nächste Mal über Skype machen, keine Ahnung. Ja, ich mein Stream hängt immer noch an derselben Stelle. Kann ich mal neu laden. Bei mir ist es gerade, wo du gesagt hast, dass du die Lattens runter machst. Jesus, dann ist dein Internet heute aber echt broken, ne? Ja. Gegenfrage. Thuja, wie geht's dir? Mir ist das egal. Hab ich schon. Thuja, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Sorry, ich hab dich fast überlesen. Und wie ihr vorhin vielleicht schon mitbekommen habt, die Alerts funktionieren auch einwandfrei. Sind zwar noch arg laut, aber die funktionieren. Die muss ich dann vielleicht die nächsten paar Tage noch... Achso, nicht wundern, Mimi, das wird aufgenommen, ne? Okay. Hätte ich vielleicht davor mit dir absprechen sollen. Also meins ist sechs Minuten hinterher. Wow, das ist schon... Achso, ich wollte euch eigentlich mein Headset zeigen, aber warte. Headset müsstest... Da blau. Also, für euch ist er da. Und da. Ich hab hier auch noch ein rotes, was zu meinem... Achso, meine Tastatur kann ich auf den Tisch nicht legen, weil da... geht sie vom Platz nicht aus. Ich bräuchte den größeren Schreibtisch. Ich glaub, meine Schwester... da muss er tauchen grad in mein Internet. Ich kann sie nur. Wie geht es eigentlich gut, aber könnte wie immer besser sein? Ja, kenn ich. Kenn ich, nur allzu gut. Ich bin jetzt auch grad heute nicht... Ich bin mega happy, weil es endlich klappt, wie ich es haben will, aber ein, zwei Sachen fehlen halt schon noch. Ich bräuchte zum Beispiel mit passen, besseren Dings der Stuhl, weil der löst sich nämlich schon langsam auf. Hier ist die Lehne locker. Ich bräuchte ne bessere Kamera, aber so ne... Ich hab ja vorhin geguckt, als ich nebenbei das eingerichtet hab, hab ich ja geguckt, und der neue, äh, neue Kamera kostet einfach mal die 300 Euro oder so. Vor allem, was mich vorhin auch, was mich oben auch freut, da steht Latest Follower, die werden endlich angezeigt. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch rüber switchen dann und ein Spiel spielen. Aber dann ist halt der Chat weg. Mimi hört sich cute an. Oh, dankeschön. Ich weiß nicht, willst du jetzt bei jedem Stream zu hören sein, oder willst du demnächst nur im Hintergrund? Mir ist es eigentlich egal, ne? Okay. Achso, Mimi, kannst du auf mein, äh, hast du mein, äh, warte mal, in der Gruppe müsste ich doch den Spotify, äh, nicht Spotify, Steam Wish Link von meiner, den Link bitte posten? von meiner Wischlist? Ja, gucke ich eben. Ja, ich mache da heute eine Liste zusammen, erinnere mich bitte nachher dran, dass ich dir das dann im Kompakten schicke. Ja. Äh, ist ein Dritt, da. Ja, ich bin mal gespannt, wann mein Schatz, das Spoiler ich jetzt einfach, haha, Spoiler, ich hoffe Schatz, du nimmst es mir nicht übel, aber sie ist nämlich auch gerade dabei, OBS einzurichten und so und danke Mimi, danke, danke, danke. Und, äh, ja, dann wollen wir schauen, wann mein Schatz demnächst online geht. Mit dem Stream. Mich freut's halt jetzt, jetzt können wir quatschen, jetzt können wir dann, ähm, ich muss das halt noch hinkriegen, dass wir dann, ähm, ähm, ich werde heute auf Nacht, äh, werde ich GTA runterladen, weil das würde jetzt im Hintergrund mein Internet, äh, so frei bin ich, ficken, weil dann wäre das Stream gleich null, weil mein Internet packt nicht, streamen gleichzeitig und noch Sachen runterladen, das packt das nicht, deswegen, ähm, wird das heute über Nacht laufen lassen, weil der PC soll GTA abspielen, ohne zu spacken. Man soll's rein theoretisch auch mit der PS4-Controller spielen können, am PC. Ja, muss man anschließen. Ja. Da freu ich mich schon auf morgen, ich bin schon wieder hibbelig. Wenn's an mir geht, würde ich jetzt die Zeit einfach rüberspielen bis morgen und dann wieder hier sitzen, nur GTA spielen. So, ich werd's jetzt genau wie Kronk machen, wir werden einfach eine halbe, dreiviertel Stunde zocken, also quatschen und danach wechsle ich rüber zum Zocken. Kronk-like halt, ne? Ja, bei mir hängt immer noch. Ja, dann ist dein Internet heute echt broken. Ja, kann sehr gut sein. Ich hab jetzt nebenbei Twitch nicht offen, weil dann würde ich mich doppelt hören und das macht mich wahnsinnig. Warte mal, ich mach's mal trotzdem kurz an. Das ist gerade besser. Okay, mein Schatz ist auch soweit, das ist super. äh, ja, ich müsste ja was kurz schreiben, dass ich, dass sie dann bitte auf Discord kommt. Ja, okay, das ist gerade echt gut mit dem Stream. Das ist wieder falsch. Du hast den Stream-Titel noch nicht geändert, Maus. Da steht immer noch geht her. Ich weiß nicht, wie der geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab dir doch gesagt, unten, wenn du, du bist ja gerade am PC, oder? Ja. Unten, da wo die Stream-Leiste ist, äh, die Chat-Leiste, müsste ein Schwert sein oder Mod-Chat müsste da auf, kann dir da auch nicht helfen, Mimi. Unten, wo der Chat ist, müsste, äh, ein Reiter sein, wo steht, drauf steht Mod-Chat. Da klickst du drauf. Da wird das... Steht Mod-Ansicht. Ja, dann klick da drauf. Da steht Mod-Ansicht. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt müsste, irgendwo unten, oder rechts, oder links, müsste irgendwo stehen, dass du den Stream-Titel ändern kannst. Und jetzt? Warte, ich mach Twitch mal selber auf. Ich hoffe nicht, dass jetzt OBS sich wieder aufhängt, sonst krieg ich ne Krise. Stehe nicht. Was mach ich denn? Ich bin so dumm. Da ist ja das Schwert, mit Mod-Ansicht. Jetzt ist alles weiß. Geil. Das ist lebt bei mir. Ja, es braucht halt jetzt länger, weil ich halt im Hintergrund OBS anhab. Ich würde es ja gerne zeigen, aber da wüsste ich nochmal bei OBS extra einen Reiter einstellen und den habe ich gerade nicht. das dauert mir jetzt wieder zu lange, ey, ich brauch besser das Internet. Ich muss demnächst mit der 1 quatschen, das geht so nicht. Na, jetzt ist es wieder ganz hinten. Ich schaue da nachher mal nach und dann, äh, schicke ich dir ein Tutorial, okay? Dann nehme ich es auf und schicke dir ein Tutorial auf YouTube. Äh, auf YouTube, auf WhatsApp. Nope. Ich habe allerdings keinen Plan. Seht ihr eigentlich meine Maus? Ne, ihr seht meine Maus nicht mehr. Ach so, ich brauche noch knapp. Wie viele Zuschauer sind denn gerade aktuell da? Welches kann ich alleine nicht sehen. Welch kann ich auf Twitch ehrlich gesagt nicht anders? Zwei. ist das Rote Lagen geduckt auf die? Ja, es hängt arg nach. es ist schon krass, ja. Selbst bei mir am Handy hängt es nach. Aber gut, es ist halt bei mir jetzt... Coach Alckverium geht es mal rein. Dashboardanzeigen, warte mal dann ändere ich mal kurz den Streamtitel, vielleicht geht es ja. Ja, ich ändere schnell den Streamtitel und Just Chatting. Nicht, dass da jemand denkt, ich spiele GTA und dann auf einmal so, Oh! Just Chatting. Ja, so, passt Jetzt wurde nämlich Just Chatting eingefügt Ich muss trotzdem nochmal mit Psy oder sowas reden Dass die vielleicht hier auf Twitch mir noch ein paar Sachen einstellt So wie auf YouTube, damit die Sachen automatisch gepostet werden, die Links 21 Minuten für live Achso, ich muss ja meinen Chatten Bescheid geben, damit sie auch online kommt, auf Discord Also auf Discord kann ich heute nicht mit Camcom, weil ich bin ja gerade online hier Achso Ich bin ja gerade